Nummer 115 vor Geigen und Bratschen 115 A auf der G-Seite mit dem ersten Finger geht's los wieder dritter Finger ganz hoch hoch dritter dritter hoch erster dritter ganz hoch dritter dritter hoch neuer Abstrich dritter Finger dritter hoch dritter ganz hoch dritter hoch Achtung erster Finger tief das ist das Gis die vorletzte Note und erster wieder normal also zuerst der erste tief Gis und Schlusston erster wieder normal so jetzt kommt 115 B für die Geigen unten und für die Bratschen ganz normal erster Finger zweiter dritter dritter null erster dritter hoch gieß und förder dritter hoch dritter hoch dritter hoch und die Geigen haben bei 115 B noch eine obere Stimme nur die Geigen mit der leeren A-Seite geht's los jetzt kommt D dritter Finger normal leere E-Seite dritter Finger normal A vierter Finger dritter normal also bei 115 B die obere Stimme für die Geigen sind die Finger ganz normal auf den Aufklebern nur bei 115 B unten für die Geige und wie auch für die Bratschen da ist der dritte Finger immer hoch das war die 115